Hallo, ich heiße Stefan und du schaust dir dieses Videotraining an, weil du dich für unsere hoch aufgelösten Texturen in Form farbiger Aquarelle interessierst oder vielleicht, weil du schon stolzer Besitzer des Pakets bist und noch ein paar Tipps suchst, wie du sie perfekt einsetzen kannst in deiner kreativen Arbeit. Ich scrolle hier einmal durch, dann kannst du dir dieses Paket einmal anschauen. Schau mal her, man kann hier mit Porträts zum Beispiel tolle Effekte erzählen oder auch typografische Effekte, wie man es hier sehen kann. Und dann, wenn ich jetzt hier einmal weiter runter scrolle, dann seht ihr die Farbenpracht, wie sie kunterbunt in diesem Paket enthalten ist, schön sortiert nach einzelnen Farbrichtungen und ich denke mal, dass ich euch anhand drei knackiger Beispiele jetzt sofort zeigen werde, wie ihr so etwas an unterschiedlichen Szenarien und an unterschiedlichen Beispielen gekonnt in euren Workflow und in euer grafisches Design einarbeitet. Los geht's in Photoshop, wir starten direkt durch. Wir sind in Photoshop angekommen und ich zeige euch jetzt ein paar Effekte. Wir fangen mit etwas sehr Leichten an und werden dann Stück für Stück immer, ja, ansprechendere und interessantere Beispiele machen. Aber jetzt mit etwas Dezenten, weil nicht immer möchte man diese ultimative Boom-Wow-Rakete losschießen, sondern manchmal möchte man auch etwas graziler, zarter vorgehen. Und das ist jetzt dieses Beispiel. Ihr seht das Bild hier und im Hintergrund haben wir schon eine leichte Ahnung, wenn ich hier hinein scrolle. Ja, hier ist ja schon ein bisschen Texturierung im Hintergrund vorhanden. Mit der gedrückten Leertaste habt ihr übrigens das Handwerkzeug, da könnt ihr euch so durchzoomen. Und wir wollen diesen Effekt einfach noch ein bisschen verstärken. So, wie funktioniert das? Wir sehen hier ein Bild mit unglaublichen 4000 Pixeln Seitenkante im quadratischen Format. Und das ist kein Problem für das Paket, denn schauen wir uns doch einfach mal im Browser die Dateien an. Hier seht ihr nämlich eine unterschiedliche Vielfalt diverser Aquarelle. Und wenn ich hier einmal drüber habe, dann sehen wir 5760 x 3840 Pixel. Also richtig, richtig groß. Und ich habe mir natürlich schon das Passende ausgesucht. Also hüpfe ich schnell in meinen zweiten Ordner, einen Moment, und kreile mir hier einfach diese Textur und schiebe sie auf mein Bild hinauf. So, jetzt kann ich mit gedrückter Alt-Taste es einfach in beide Achsen verzerren. Das spielt bei einer Textur wie dieser hier wirklich keine Rolle, ob das jetzt proportional skaliert ist oder verzerrt ist. Und jetzt wurde das Bild vollständig überlagert. Das wollen wir nicht. Also ändern wir einfach einmal den Mischmodus und zwar auf Negativ multiplizieren. Jetzt könnt ihr schon erkennen, oh wow, da hat sich einiges im Hintergrund getan. Leider aber auch unser porträtiertes Model, das jetzt in diesem Fall gar nicht mehr sichtbar ist. Also schnell eine Ebenenmaske hinzufügen mit dem Pinsel. Und, ja, ich sage jetzt mal 68% Deckkraft ist in Ordnung. Die Pinselgröße vielleicht etwas kleiner. Und dann sie einfach wieder ausmaskieren. So, jetzt haben wir im Hintergrund schon diese Textur erkennbar. Gefällt mir ganz gut. Lässt sich aber noch etwas verstärken, indem wir zum Beispiel auch zwei Texturen aufeinander legen. Funktioniert also auch prima. Schaut euch mal das an. Ich nehme hier meine zweite und schiebe sie da zusätzlich on top. Wieder mit gedrückter Alt-Taste skalieren. Zack. Und jetzt nehmen wir auch mal einen anderen Mischmodus. Wir hatten eben Negativ multiplizieren. Lasst uns doch einfach mal weiches Licht nehmen. Und jetzt seht ihr, aha, wow, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ich zoome hier mal etwas hinein und dann seht ihr, ah, hier ist jetzt im Hintergrund so richtig schön die Textur erkennbar von dem Aquarell. Wenn wir das nochmal herausnehmen, was ich eben eingefügt habe, dann sieht das so aus. Wir haben ja also auch eine leichte Blaufärbung im Spiel. Und in diesem Step habt ihr jetzt gelernt, ihr könnt diese Texturen auf Bilder drauflegen und dann mit entsprechenden Mischmodus, die auch unterschiedlich sein können, den Effekt des Bildes verändern. Und zusätzlich habt ihr auch gesehen, dass ihr bestimmte Bereiche ausmaskieren könnt mit einem Pinsel. Das war es für das erste Beispiel. Im Vergleich zum Original, das jetzt etwas trostlos aussah, finde ich, wirkt es viel ansprechender. Ich bin mit diesem dezenten Ergebnis zufrieden und wir hüpfen direkt zum nächsten Beispiel. Denn bei Nummer 2 in unserer Runde habe ich mir gedacht, wir machen mal etwas mit Schrift. Und deswegen erstelle ich einfach eine neue Datei, STRG N. Ja, 3000 mal 1000 Pixel ist vollkommen in Ordnung. Damit kann ich gut leben. Werde mit STRG Backspace das Ganze in weiß umfärben. Das ist also jetzt hier die Hintergrundfarbe und dann hat sich die Ebene vollflächig gefüllt. Okay, jetzt werde ich im nächsten Schritt einfach mal sagen, wir schreiben einen Text hier rein und zwar das große Frühlingsfest. Wie ihr es sehen könnt, seht ihr gar nichts. Das liegt daran, weil die Farbe auf weiß ist. Ändere ich mal kurz, temporär auf schwarz. Bestätigen. Dann ziehe ich mir das hier schön in die Mitte hinein. Kann man sogar noch ein bisschen vergrößern. So ungefähr. Alles klar. So sieht also die Schrift aus. Kalligrafisch ja sehr ansprechend. Und jetzt möchten wir einfach den Effekt noch verstärken, indem wir solche Texturen als Hintergrund verwenden. Pass auf, ich ziehe das einfach mal hier rein und werde auch hier wieder alles vergrößern. So, zack. Und dann werde ich hier noch die Farbe auf weiß ändern. So, dann könnte man zum Beispiel sagen, um den Kontrast noch etwas zu verstärken, ganz minimal, könnte man zum Beispiel einen Schlagschatten hinzufügen. So einfach ist es passiert und schon hätte man einen Banner. Aber wir können das noch etwas auftrumpfen. Jetzt haben wir die Textur eben als Hintergrund verwendet. Lasst sie uns doch mal als Schnittmaske verwenden. Und wie funktioniert das? Das zeige ich euch jetzt im folgenden Beispiel. Ich werde jetzt nämlich die Ebene mit der Textur einfach ganz on top schieben, nach oben. Natürlich überlagert sie dann alles. Und werde jetzt die Alt-Taste gedrückt halten und zwischen diese beiden Miniaturen klicken. Seht ihr das Symbol hier? Und jetzt haben wir eine Schnittmaske auf die Schrift erstellt. Und dann sieht das Ganze schon so aus. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, den Schlagschatten nehmen wir einfach wieder raus. Und dann haben wir diese Textur im Hintergrund. Und können ja sogar sagen, lasst uns noch mal ein bisschen spielen. Ziehen wir das Ganze etwas größer. Vielleicht so. Hier unten die Farbe wieder mit weiß füllen. Okay. Nehmen wir einen Pinsel. Und zwar scrolle ich hier einfach mal runter. Da könnt ihr wirklich ganz beliebige Pinsel nehmen. Der hier seht ihr schon, oh ja, da könnte es spannend werden mit diesen ganzen Farbspritzern. Den drehen wir aber doch ein bisschen. Und zwar so in etwa, ja. Erstelle ich jetzt noch eine neue Ebene, auf der wir malen werden. Und jetzt mache ich hier einfach mal diesen Farbklecks. Transformiere ihn sogar. Sieht nicht jeder gerne, aber mir ist das an dieser Stelle ehrlich gesagt ziemlich egal. Weil es geht nur um den Effekt. Bestätige das und jetzt ist was passiert. Der Pinsel ist natürlich schwarz. Klar, wir haben jetzt schwarzer Farbe gemalt. Lasst uns doch die Textur einfach etwas größer ziehen. So, jetzt ist immer noch nichts passiert. Warum? Weil die Schnittmaske bisher nur auf die Schrift angewendet ist. Okay, das lösen wir, indem wir diese beiden Ebenen markieren. Mit STRG in eine Gruppe packen. Und die Schnittmaske on top setzen. Und dann die Schnittmaske auf die Gruppe anwenden. Und jetzt sehen wir, aha. Jetzt hat sich das Fühlingsfest schon in etwas ganz anderes verwandelt. Könnt ihr hier noch ein bisschen spielen, wenn das zum Beispiel zu überlagert. Und schon haben wir einen typografischen Effekt, der ebenfalls spannendes Potenzial für zukünftige Arbeiten verspricht. Ja, und da sind wir schon bei unserem letzten Beispiel. Und da machen wir ein paar mehr Tricks. Und zwar eine neue Ebene. Einfach 1000 mal 1000 Pixel schön im Quadrat. Schnell die Farbe auf Weiß ändern mit STRG Backspace. STRG 0 wird das Ganze etwas fokussieren. Und jetzt geht es los. Wir beginnen ganz einfach mal mit einem Pinselstrich. Können wir eine neue Ebene dazu machen. Jetzt heißt es noch, den richtigen Pinsel zu wählen. Ich habe hier schon einen aus einem Wasserfarben-Set vorbereitet. Ich denke mal, so 1000 Pixel dürfte jetzt in diesem Fall einfach mal angemessen sein. Klicke jetzt einmal mit voller Deckkraft hier rein. Und zwar einmal, zweimal, ich verstärke es sogar noch. Dreimal habe ich jetzt reingeklickt. Dann könnt ihr das Ganze zum Beispiel auch noch ein bisschen transformieren. Diese Ebene. So. Okay, wir haben jetzt einen schwarzen Batzer da drauf. Und den werden wir jetzt noch etwas personalisieren und pfiffiger gestalten, indem wir hier ein Portrait reinpacken. Also aus dem Browser eine Datei ziehen. Unsere hübsche Dame ist hier gelandet. Und jetzt, die müssen wir natürlich sehr wohl proportional skalieren. Und zwar so. Alles klar. Und jetzt werden wir aus dieser Dame eine Schnittmaske auf den Pinsel machen. Zack. Jetzt denke ich mir, ja, das ist ja schon ein ganz guter Ausschnitt. Aber vielleicht müssen wir die Textur noch ein bisschen anpassen. Und ihr seht, ja, mit ein bisschen Spielerei kriegen wir da noch etwas mehr von ihr zum Vorschein. Okay, wunderbar. So, jetzt haben wir ja an und für sich schon einen ganz coolen Effekt erzeugt. Aber die Farbsättigung ist noch etwas holprig. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Und zwar mit der passenden Aquarelltextur, die ich auch hier schon für euch vorbereitet habe. Dieses schöne Orange einmal draufgezogen. Und auch hier wähle ich jetzt einfach als Mischmodus weiches Licht. Und jetzt sehen wir schon, wie das Ganze richtig schön in einem Herbstlook schlummert. Und das Einzige, worauf wir jetzt allerdings Obacht geben müssen, ist hier im Gesicht. Da seht ihr, dass die Textur eher unschöne Flecken hervorruft. Aber kein Problem. Weicher Pinsel, ich denke mal so Deckkraft 50%. Und dann hier eine Ebenenmaske hinzufügen. Und dann könnt ihr ganz einfach mit schwarzer Farbe hier im Gesicht etwas diesen Effekt herausnehmen. So, und so könnte dieses coole Bild aussehen. Passend für den goldenen Herbst und spannendes Grafikdesign zugleich. Mit diesen Tricks lasse ich euch jetzt auf die Aquarelltexturen los. Probiert es aus mit eurer eigenen Fotodatenbank. Und denkt daran, hoch aufgelöst, nicht auf Photoshop irgendwie nur beschränkt. Sondern ihr könnt es auch in jedem anderen Grafikprogramm einsetzen. Also schnappt euch die Aquarelltexturen und legt am besten sofort los. Ich bin an dieser Stelle raus. Tschüss, ciao, euer Stefan.